Hier im Allgäu sind die Wiesen voller Löwenzahn. Jetzt Ende Mai verblühen diese und es gibt die berüchtigte Pusteblume. Heute in diesem Video erfährst du, wie man mit Akrylfarbe diese Pusteblume malen kann. Komm mal mit, ich zeige dir eine. Die Pusteblume kennt jedes Kind. Eine Kugel, die aus unzähligen kleinen Schirmchen besteht. Wie man diese jetzt auf die Leinwand bringt, das erfährst du in diesem Video. Bleib einfach dran. Für die Pusteblume habe ich schon mal eine Leinwand mit Himmelblau bemalt. Diese Pusteblume male ich direkt mit dem Pinsel, ohne diese vorzuzeichnen. Mit einem hellen Grün male ich zuerst den Stängel vor. Dann male ich mit einem Grau das Köpfchen, auf dem die einzelnen Schirmchen sitzen. Im oberen Bereich dunkle ich nun den Stängel mit einem Braun ab. Und auch die welken Blätter der Blüte werden vorgemalt. Mit einem dunklen Braun werden jetzt die Samen, die unten an den Schirmchen hängen, angedeutet. Rund um das Köpfchen herum. Mit schwarzer Farbe arbeite ich dann die dunklen Bereiche heraus. Die schwarzen Sämchen sind die, die im Hintergrund liegen. Und mit einem hellen Ockerton hebe ich die Sämchen hervor, die im Vordergrund liegen. Nun verwende ich einen Pinsel, den ich sehr selten benutze, aber ideal ist, um die Pusteblume zu malen. Der Fächerpinsel. Mit einer sehr hellen Cremefarbe deute ich die Kugel der späteren Pusteblume an. Mit dem gleichen Farbton und einem kleinen Rundpinsel arbeite ich nun die Haare der kleinen Schirmchen heraus. Du siehst, wie diese Pusteblume langsam Gestalt annimmt. Mit einem verdünnten Braunton werden jetzt die dunklen Stiele der Schirmchen gemalt. Auch die typischen Flecken auf dem Köpfchen werden hineingetupft. Nun werden mit einem hellen Ockerton die helleren Stiele der Schirmchen gemalt. Dann kommt nochmal der Fächerpinsel zum Einsatz. Damit hebe ich mit weißer Farbe die hellsten Bereiche der Pusteblume hervor. Und auch die hellsten Stiele der kleinen Schirmchen werden mit weißer Farbe angedeutet. Um dieser Pusteblume letztendlich mehr Tiefe zu geben, werden ebenfalls mit weißer Farbe ein paar einzelne Schirmchen hervorgehoben. Was meinst du, das schaut doch schon mal nicht schlecht aus. Um das ganze Gemälde ein wenig abzurunden, male ich noch ein paar einzelne Schirmchen, die vom Wind davongetragen werden. Die Samen und Stiele dieser davongetragenen Schirmchen werden ebenfalls mit einem dunklen Braun vorgemalt und an der Oberseite etwas aufgehellt. Und mit weißer Farbe wird das Schirmchen selbst gemalt. Dann wird der Stiel noch etwas aufgehellt und die Pusteblume ist fertig. Jetzt kannst du es auch, eine Pusteblume malen. Wenn auch du Acrylfarben sicher beherrschen möchtest und beeindruckende Bilder malen möchtest, dann schau dir in der Videobeschreibung meinen Masterkurs an. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.